Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schuhplus-Teleshop. Schön, dass Sie wieder an Bord sind. Katrin, du bist auch wieder an Bord. Wie immer, ne? Wie immer. Das finde ich auch äußerst schön. Und du hast was mitgebracht von Josef Seibel, eine unserer beliebtesten Marken, die wir bei Schuhplus haben. Also mit Josef Seibel arbeiten wir schon unfassbar lange zusammen, weil die Qualität einfach nicht zu toppen ist. Also Josef Seibel Schuhe, sehr empfehlenswert, da kann man nichts mit falsch machen. Mitgebracht habe ich heute eine ganz abgefahrene Stiefelette Richtung Stiefel, die schön bunt ist, weil große Füße darf man nicht verstecken und soll unbedingt mal ein bisschen Farbe in das Spiel bringen. So sieht es aus und farbig fangen wir sozusagen an mit dem Braun-Ton-Artikelnummer dazu ist die 22115 in den Größen 43 und 44 gibt es dieses Modell zum Preis von 119,16 Euro. Und das Schöne ist ja wirklich, Außenmaterial ist Leder, klar, aber was natürlich sofort auffällt, sind diese gesamten bunten Verarbeitungen. Was ist das? Ja, das ist so eine Art Wolle und richtig schön in allen möglichen bunten Farben. Also da kann man auch vom Outfit her, das Wort fehlte mir gerade, vom Outfit her alles kombinieren, es passt quasi alles. Sowohl mit diesem braunen Schuh als auch zu diesem weißen. Also weiß ja sowieso generell eine Trendfarbe. Man kann hier empfehlenswert nochmal, wenn es wirklich viel regnet oder so, ein Pflegespray dazunehmen. Auf jeden Fall, ja, ja. Wunderbar, dass man das nochmal hat, aber gut ausgestattet, auf jeden Fall ist man im Herbst, Moment, das muss ich mal so zeigen. Schöner seitlicher, großer Einstieg dann auch, du zeigst das glaube ich jetzt gerade auch mal. Da ist Plüsch drin. Wunderschön. Da ist Plüsch drin und das ist sowas von, also ich habe ja immer kalte Füße, ne? Du hast immer kalte Füße, das ist wohl wahr. Das ist genau mein Schuh hier mit dem Plüsch. Also das Schöne ist ja wirklich, also auch dieses Modell erstmal in Weiß haben wir, das ist die Artikelnummer 22114, selber Preis, identische Größen. Und das Schöne ist ja wirklich, dass diese Modelle einfach mal auffallen. Ja. Also Herbst ist ja immer so dunkel und kalt und nass und öh. Einfach ist das immer öh, das Wetter ist einfach öh. Mi, 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 ne? Mi, mi, mi. Guck mal, zu einer Jeans so, wenn man das so... Ja, sehr schick sieht das aus. Also ganz tolle Kombination und vor allen Dingen, man hat dadurch wirklich diesen Farbtupfer, ne? Wo man auch sagt, da fällt man wirklich mit auf und das ist dann auch ganz klar so ein Modell, wo man sagt, das hat auch wirklich nicht jeder, oder? Auf gar keinen Fall. Ich, so, ich fummel hier nochmal eben. Was fummelst du denn da die ganze Zeit? Die Schuhe von Josef Seibel haben immer ein Wechselfußbett, also wenn man das benötigt. Dieses hier ist schon sensationell, auf jeden Fall top gefedert, ganz weich, auch mit einer wärmenden Sohle hier. Schade, dass sie immer nicht anfassen können. Sie müssen unbedingt in einer unserer Filialen vorbeischauen, deutschlandweit sind wir ja vertreten, also da unbedingt mal reinschauen. Diese Schuhe haben wir in allen Filialen und mal anfassen, anprobieren und dann auch kaufen, weil das lohnt sich einfach. Lohnt sich einfach. Und man muss ja wirklich sagen, Josef Seibel ist ja über Generationen erfahren in der Schuhproduktion. Und das merkt man den Modellen damals und heute ganz einfach an. Die Qualität ist herausragend, die Verarbeitung ist super. Es kommen hochwertige Materialien grundsätzlich zum Einsatz. Und das Schöne ist natürlich, gepaart immer mit dem modernen, frischen Design, aber auch gleichzeitig auch um der klassischen Linie auch treu zu bleiben vom Design her. Genau. Also man erkennt die Modelle auch wirklich sofort. Und das Schöne ist ja jetzt auch gerade, man hat ja diese Einkerbung, möchte ich mal sagen, optischerweise in der Sohle auch da drin. Genau, das hält, das gibt nochmal so richtig schönen Halt, wenn man mal durch den Wald läuft und da sind vielleicht ein paar feuchte Blätter oder so weiter. Also ich habe hier wirklich richtig guten Grip mit der Gummisohle. Wunderschöne Modelle, da hat man auch richtig Freude darauf, dass Herbst, Winter starten, wenn man solche tollen Modelle hat. Aber das sind natürlich nicht die einzigen, das ist einer der größten Josef Seibel Händler überhaupt in großen Größen. Von daher lohnt es sich, wie Katrin schon mal gerade auch gesagt hat, bei uns in dem Webshop zu schauen. Oder natürlich auch in den Filialen, da haben wir standesgemäß immer sehr viele Modelle von Josef Seibel vorhanden. Das lohnt sich also, dort mal reinzuschauen, anzuprobieren, zu fühlen, zu streichen oder auch mal die Schuhe zu küssen. In dem Sinne, in dem Sinne schweigen wir uns auch ein bisschen an. Siehst du, du entdeckst doch langsam das so ein bisschen dann auch für dich. Aber du riechst auch immer gerne Schuhe, oder? Ja, die riechen echt gut. Also Leder, ne? Ja, wirklich, also man merkt, das ist einfach tolle Qualität und das ist wirklich eins an der Verarbeitung. Superschöne Modelle, die wir von Josef Seibel haben. Sind wir immer sehr glücklich und froh darüber. Und wir freuen uns natürlich auch, dass unsere Kundinnen und Kunden sich immer so sehr über die Auswahl dann auch erfreuen, die wir bei uns haben. Blick auf jeden Fall, wie gesagt, Webshop oder in den Läden lohnt sich immer. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Katrin, schön, dass du da warst. Und allen einen schönen Tag. Bis bald. Tschau. 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 Vielen Dank.